Na Leute, es geht wieder los für mich, ab nach Tönesforst, angekommen in Krefeld, Rheinstraße, jetzt muss ich kurz warten auf die Straßenbahn, dann geht es weiter Richtung Tönesforst. Ha ha ha, po, schöne Stadt, Tönesforst, Stadtteil St. Tönes, erster Eindruck, die Lage ist Psi und machen wir gucken. So, jetzt noch ein paar kleine Basisinformationen zu Tönesforst, ja, Tönesforst ist eine Stadt im Kreis Viersen mit ca. 30.000 Einwohnern in der Nähe von Krefeld und besitzt zwei Stadtteil St. Tönes und Forst. Wie wir sehen können, ist die Stadt sehr schön, aber auch dementsprechend etwas klein. Tönesforst, Altstadt, habe ich euch ja gezeigt jetzt und jetzt geht in die Windmühle. Das absolute Wahrzeichen von Tönesforst. Die Stadt gefällt mir eigentlich recht gut, da hinten ist die Altstadt. Ich bin jetzt hier eine halbe Stunde und habe die ganze Stadt gesehen. Die Stadt gefällt mir eigentlich jetzt nach einem kurzen Aufenthalt recht gut. Das hier ist halt Tönesforst, Kreis Viersen. Und ich kann es euch nur empfehlen, kommt da hin, falls ihr mal mehr Lust auf Kleinstädte habt. Aber da sind großen Trummel, Trubel und Trubel und Trubel, werdet ihr hier nicht spielen. So, abschließend zu Tönesforst. Kann ich nur sagen. Kommt auf jeden Fall alle nach Tönesforst, lang Tönes, nach Forst. Auf ein Spiel, wir spielen Kreis Viersen. Ihr kommt da einfach mit der 041 von Krefeld Hauptbahnhof hin, mit der Straßenbahn oder mit den Bussen. Es ist wirklich eine sehr schöne Stadt, die ich euch gezeigt habe. Es gibt da alles und positiv überrascht. Deswegen viel Spaß dann bei eurem Tönesforst Urlaub. Urlaub.